Der Grund, warum wir den LPEC-Congress des SIERRA besuchen, ist, dass wir uns mit den Kunststoffen und Elektronik aufzunehmen. Es ist wirklich ein Ort, wo ich die meisten meiner Kunden in Europa besuchen kann, aber auch viele technische und scientifische Präsentationen. Hier findet man von den Forschungsinstituten bis hin zu bereits funktionierenden Industrieanwendungen der Technologie eine breite Masse an Anbietern. Die Gespräche, die ich hier in der LPEC-Konferenz gefunden habe, sind sehr schön und eine Art Art, in allen Technologien, die wir sehen können. Für uns ist es ein Pflichtermin, hier zu sein, um die komplette Industrie zu treffen, um neue Entwicklungen mitzubekommen. Die Wahrheit ist, dass wir hier kommen, wo wir Ideen für unsere Innovationen bekommen. Sie müssen zusammenarbeiten, um in diesem Domain zu innovieren. Und ich denke, das ist der wichtigste Grund, warum wir hier sein müssen, und nicht bleiben bei der Firma und versuchen, es selbst zu machen. Wenn man im Feld der Printed Elektronik, und man will ein neues Produkt kreieren, oder man will ein neues Produkt kreieren, mit der Hilfe von Printed Elektronik, mit all den Möglichkeiten in all den Bereichen, in all den fields, es ist gut zu sein. Vielen Dank für sie hier.